Heute im Test diese kleine Philips Bluetooth Laser-Maus. Sie kommt in einem schicken Design und mit vielen verschiedenen Funktionen. Wie immer schauen wir uns als erstes einmal an, was alles mitgeliefert wird. Da hätten wir zum einen ganz klar die Maus an sich. Zum anderen lässt Philips noch eine kleine Aufbewahrungstasche mitliefern, in den die Maus später ganz einfach transportiert bzw. verstaut werden kann. Als nächstes lässt Philips noch zwei kleine Akkus mitliefern. Mit dem wird die Maus später betrieben. Zu guter Letzt, na klar, noch ein paar Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen. Und nun zum Maus an sich. Vom Design her gefällt sie mir schon mal super. Auf der Oberseite befinden sich die beiden Tasten für den Rechts- und den Linksklick. In der Mitte, was hier aussieht wie eine kleine Kamera, ist in Wirklichkeit das Qualrad der Maus. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir später noch. Auf der Unterseite befinden sich neben dem Laser noch der Connect-Button für die Bluetooth-Funktion, der An- und Ausschalter und dieser kleine Hebel. Was passiert, wenn man diesen betätigt? Die kleine Maus fährt auseinander und die beiden Akkus kommen zum Vorschein. Diese sind umhüllt von einem USB-Kabel, das später dazu ging, die Akkus aufzuladen. Nachdem man die Maus über die Bluetooth-Verbindung mit dem Computer verbunden hat, kann man sie auch ganz normal benutzen. Alle Tasten funktionieren einwandfrei. Und auch das Qualrad funktioniert einwandfrei. Es reagiert schon auf die kleinste Bewegung und funktioniert sehr zuverlässig. Auch noch eine schöne Funktion der Maus ist, sie funktioniert beispielsweise mit dem Samsung Galaxy Tab. Auch hier wird über die Bluetooth-Funktion die Maus ganz einfach gekoppelt und man kann sie ganz normal verwenden. Ein zusätzliches Feature der Maus ist die sogenannte 360-Grad-Funktion. Mit dieser Funktion lässt sich die Maus nur noch über das eingebaute Touchpad steuern. Die Bluetooth-Laser-Maus von Philips. Insgesamt bin ich super zufrieden mit dem Gadget. Sie hat ein wirklich schönes Design und funktioniert einwandfrei. Mit einem Preis von 14,95€ eine wirklich coole Maus. Ich kann sie nur jedem weiterempfehlen.